Herzlich Willkommen hier bei Uni-Hockey-Portal im Interview nach dem sehr nervenaufreibenden zweiten Finalspiel der ersten Vorwahl-Bundesliga der Damen. Neuer deutscher Meister der UAC Sparkasse Weißenfels, abermals deutscher Vizemeister der MFBC Krämer. Hier bei mir im Interview Torfrau Claudia Mende am Ende des Matchs Best-Playerin. Claudia, kurze Impression, wie war es für dich? Es war spannend und sehr nervenaufreibend. Wir haben am Anfang gut mitgehalten, gerade das erste Drittel 1 zu 1. Die Zeiten haben wir uns ein bisschen hängen lassen und das Dritte haben wir dann sogar gewonnen. Das Dritte Drittel hat leider trotzdem nicht gereicht. Das ist schade. Es hat am Ende nicht gereicht. Wo denkst du, waren euch die Cats wieder ein Stückchen voraus? Letzte Woche sind sie ja dann auch wieder voran marschiert und haben den Sack zugemacht, das 1 zu 0 in der Best-of-Tree-Serie eingefahren. Woran lag es diese Woche? Sie haben halt einfach wieder das Tor getroffen. Ich habe oft nichts sehen können, leider. Und ja, daran lag es. Sie haben es so geschossen. Wir haben öfters nicht getroffen, leider. Ja, Chancen wurden eine Vielzahl liegen gelassen, sowohl bei den Cats als auch bei euch. Ralf Kühne und Markus Linke haben Kuppe und bei euch durchgewechselt. Vorne im Sturm, hinten dann die Defensive. Ging euch am Ende die Luft aus oder wart ihr fit? Die Luft ging uns nicht aus, aber um neue Impulse zu setzen und noch mal frischen Wind aufs Parkett zu bringen, dafür waren die Wechseln sehr gut. Du bist erst Mitte der Saison wieder aktiv zum Team hinzugestoßen. Du hast beim Chemnitz Cup eine Kreuzwandverletzung dir zugezogen, immer wieder mal mit ein paar Diskrepanzen, wackelig im Knie. Ist das Knie jetzt fit? Wie geht es dir? Fit ist es leider immer noch nicht, aber es reicht gerade so, um das Tor mitzuhalten. Wie sind die Emotionen jetzt für euch nach dem Spiel? Man hatte nicht den Eindruck, dass ihr euch im letzten Drittel aufgegeben habt. Ihr habt nur mal zu einer beachtlichen Aufholjagd angesetzt, habt die Köpfe nicht hängen lassen, habt auch eine Minute vor Schluss noch mal zum Torjubel angesetzt. Wie ist die Stimmung jetzt im Team? Ist man trotzdem froh über das Erreichte oder ist die Enttäuschung groß? Wir sind schon traurig. Wir wollten gerne ein drittes Spiel erzwingen. Wir wollten morgen nicht frei haben. Aber wir haben unser Bestes gegeben und im Vergleich zum letzten Spiel vorige Woche war es schon eine Steigerung. Wir sind natürlich traurig, dass es noch nicht geklappt hat. Wieder Verteidigung des Vizemeistertitels. Claudia, wie geht es jetzt für euch die kommende Woche oder die nächsten Tage weiter? Wir werden weiter regelmäßig trainieren, einmal die Woche, damit wir in Übung bleiben. Und ja, mal schauen, was dann mit einer Trainingspause ist. Aber erstmal weitermachen. Das heißt, Ralf Kühne und Markus Linke gönnen euch nicht so schnell die Saisonpause? Saisonpause wollen wir auch gar nicht so. Einmal die Woche Training, das ist schon in Ordnung. Ein bisschen Pause haben wir da auch. Okay, Claudi, vielen Dank. Ich gratuliere euch trotzdem zu erreichen. Das ist ein Silbertitel. Ich wünsche dir noch alles Gute für das Knie, dass es hält und bis bald. Okay, tschüss.